Einen wunderschönen guten Tag im Internet zu bekommen, für eine neue Folge von Wanted Dead. Wir sind hier in der Polizeistation, die angeblich gerade angegriffen wird. Ich schalte die Gegner aus. Ja genau, ich muss nur nach vorne laufen und dann kommen sie. Hallo. Next. War das der einzige? Hey da. Okay, nehmen wir hier. Oh mein Gott. Hier, bitteschön. Zack. Und eine Brandgranate in den Sprinkler rein. Sehr gut. Erledigt. Der da auch. Wow, wow, wow. Jetzt hat mir nicht hier drin ist einer. Ne. Ja, super. Ja, lass den mal nur kommen hier. Meisterhaftes Ziehen. Was ist das denn jetzt? Pariere zehnmal Erfolg. Ja, super. Wirklich. Ich wollte eigentlich nur den Erfolg lesen, Mann. Oh, war ein bisschen Junge. Ah. Cortez, dem geht's auch wieder gut. Schön. Ja, wirklich schön. Wäre aber vielleicht eine gute Idee, wenn du nicht. Ähm. Ist das ein Granatenwerfer? Ne, das ist die Pumpgun. Sieht irgendwie wie ein Granatenwerfer aus. Hm. Wo sind denn die Gegner? Ja, ich geb dir jetzt dann gleich Granate. Ich will mal wissen, wie viele da sind. Da ist zum Beispiel einer. Herrgott. Herrgott. Der, hauptsache er sieht mich. Komm mal her, ja. Aufgeschlitzt wirst du, mein Freund. Oh boy. Okay. Nachladen. Verstärkung. Na toll. Wirklich. Hauptsache hier steht einer. Lekt da. Ja, deine Deckung ist nicht die beste, mein Lieber. Sind wir ehrlich. War nicht die beste Deckung. Naja. Ich lad mal nach, weil das Ding kann ja... Ja, das kann, glaube ich, sogar einen neuen Schuss haben. Genau. Geh mal hier drüber. Komm mal kaputt, hier den Scheiß. Shit. Ja, werfen. Keine erwischt. What? Nochmal. Wieder nicht. Okay. Okay. Ja, mal die andere Waffe. Oh my god. Okay. Fuck you now. Abzug. Der läuft einfach hier rein. Geh, geh. Hier. Bitteschön. Du bist der Nächse. Komm. Ah, ah, ah. Shit. Meine Munition. Nicht gut. Ich brauche Munition, bitte. Komm, geh mal rein hier. Komm. Hopp. Gib ihm. Lebt er noch? Nee, der lebt nicht mehr. Okay. Hier habe ich wieder ein bisschen Munition. Das ist, äh, schön. Hier ebenfalls. Oh, guck mal. Das können sogar zwölf Schuss haben. Okay. Was ist der Scheiß? Schaltet die Gegner aus. Waren doch nicht alle, hä? Oh boy. Okay. Geh, die scheiß Ninjas. Mach sie weg, die Wichser da. Komm. Mal weg hier. Was kommst denn du so in die Nähe hier? Mal weg da. Ei. Nachladen. Ei, 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 ei. Und zack. Tätigen sie den Schalter, der Brandschutz tut. Okay. Kann ich nicht ein bisschen auf der Jukebox noch spielen? Oder ein Arcade-Spiel? Ah. Würde es theoretisch gehen? Nee, die sind außer Gefecht. Okay. Dann drücken wir den Schalter. Gut. Finden sie einen Fluchtweg. Aha. Dann wollen wir den ganzen Scheißweg zurück. Okay. Gut. Zugreifen. Gibt's was Neues? Es gibt nichts Neues. Okay. Ich hab 5800 Fähigkeitspunkte. Fucking hell. Okay. Ähm. Wenn die LP auf 0 sinken, wird die Adrenalin-Anzeige zusätzlich zur Wiederbelebung des Docks vollständig gefüllt und du erhältst ein weiteres Stimpack. Oh ja. I'll take that. Und drücke R3, während du zielst, um die Zeitlupe zu aktivieren. Machen wir auch. Dann war die Utility auf 100%. Gut. Und dann für 3000 die Aufladezeit vom aufgeladenen Angriff von 40% verringern. Okay. Zeig mal. Ja, ist schon ordentlich schneller, ha? Ist schon bedeutend schneller. Die Frage ist halt, sind wir mit dem Aufzug runter, oder? Ich glaub eher hier durch. Ja. Ja. Motherfucker, die kommen ja von dort. Bitteschön. Ja, gut. Ich seh nix. Ey. Eck da. Du auch. Hopp. Okay. Das ist ne andere Waffe. Nehmen wir ein Stimpack. Oh no. Okay. Mach mal. So. Ja, verbrenn ihn. Sehr gut. Drecks Ninja hier. Sag mal. Was ist denn? Los, gib ihm. Und aufladen. Ah, fuck. Das. Ja, super. Ich hab eigentlich ein Stimpack genommen. Aber okay. Jetzt krieg ich wenigstens wieder eins. Das Adrenalin ist voll. Also wir können hier Bullet Time machen. Und wieder draufschlagen. Yeah. Komm mal her. Wo ist er? Da. Ja, lad mal nach, die Scheiße hier. Komm. Bleib du schön da hinten. Ja, gut. Okay. Puh. Es ist wieder verdammt nervenaufreibend hier. Alrighty. Ja. Ein super Wurf. Wirklich. Ich riff mal runter, das Zeug. Oh ja. Das war geil. Der da unten ist immer noch im Feuer beschäftigt. Na, komm. Ja, gut. Ähm. Oh, fuck. Der da soll mal kommen. Ja. Danke. Noch so einer. Du, komm mal ja, ja. Okay. Du bist der Nächste. Oh, fuck. Da kommt die Verstärkung. Nicht gut. Ähm. Ja. Renn mal ein bisschen. Hat nix gebracht. Okay. Oder doch. I don't know. Whoa, whoa. Ey. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Ach, Mann, ey. Gut. Ganze Scheiße noch mal. Gegen den Drecks Ninja muss ich auch noch mal. Fuckin' Granatenwerfer hat der. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, hier. Äh, fuck. Das hat gar nix gebracht. Ja, okay. Doch, es hat was gebracht. Okay. Äh. Nimm mal schnell hier den Granatenwerfer mit. Gut. Ja, ja, ja. Enemy Troops. Ist okay. Come on. Er brennt wieder ein bisschen. Nochmal. Ja, okay. Das zweite Mal war das Feuer. Jetzt ist so geil. Auch wieder verfehlt. Perfekt. Na komm, gib ihm. Perfekt. Alter, ey. Mit einer Kombo erledigen die mich komplett. Ja, ja, ja. Fuckin' Granate. Wer wirft Granaten gegen den fucking Ninja? Der gefühlt halber Kunst-Twinner ist. Nehmen wir ein fucking Stimpack. Los. Komm jetzt. Ja. Ja, ist er doch erledigt. Aufheben. Ein Stimpack. Na, thank fuck for that. Gut. Gut. Dann die Nächsten bitte. Sehr schön. Komm, erledige sie. Danke. Den auch. Vielen Dank. Okay, du bist der Nächste, mein Freund. Warum bewegst du die nie nach vorne? Alter, was die für Damage frisst, ne? Das ist ja nicht normal. Hallo. Schon weniger Damage frisst, okay? Danke. 6400 Fähigkeitspunkte. Ich muss jedes Mal die Scheiße wieder freischalten. Ne, wirklich. Und jedes Mal die dumme Animation angucken. Oh boy, oh boy, oh boy. Hier. Die Zeitdupe sollte ich eigentlich auch mal benutzen. Und als nächstes hier. Stimmt, die Aufladezeit. Okay. Gut. Jetzt habe ich das halbe Adrenalin schon verbraucht. Come on. Ich gehe wieder nach oben. Guck mal, wer da ist. Okidoki. Von hier oben kommt ja keiner, ne? Ne. What is los? Da. Da. Ah, Alter. Guck mal, wie schnell die immer wegrennen. Ist doch nicht normal, sowas. Endlich. Oh, dele. Next. Hm. Jetzt kommen die da hinten wieder, oder? Ja. Bitteschön. Schönes Ding. Sehr schönes Ding. Ey, Ninja. Ach, der da. Soll er nur? Komm. Komm. Komm her. Mit dir machen wir Schlitz, Schlitz. Granate. Sehr gut. Aber ich, ich nehme mal vorsichtshalber noch mal so ein Steam Pack. Hey, 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 hey. Sehr gut. Und ein Todesstoß. All righty. Und so. Ja, Munition für mein, äh, Maschinengewehr. Immer gut. Oh Gott, ey, wie viele denn noch. Hier. Äh, komm, nehmen wir da nach hinten. Oh, fuck. Gehen wir da hinten. Mal gucken, ob da noch ein bisschen Munition oder so liegt. Nee, aber irgendwas anderes. Ein Hinweis oder so. Ja, gut. Oh mein Gott. Ja, super. Das ist klasse. Du da. Ja, machen wir halt den. Sehr schön. Ja, aber ich brauche langsam wieder mal ein bisschen, äh, Munition, meine Freunde. Weil. Hab nur noch was für die Pumpgun. Zum Beispiel das ist. Ja, okay. 25 Schuss. Ist okay. Weil hier ist noch mehr. Hey, hey, hey. Geh doch in Deckung. Wo, 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 wo. Ziemlich eigentlich verarschen. Geh mal da hoch. Ist ja auch nochmal einer. Okay. Ah, guck mal. Noch ein bisschen Munition. Kannst du mal aufhören zu wegrennen. Danke. Fuckin' hell. Auch das ist der Impact. Gut. Hier nochmal ein bisschen heilen. Weg da, diese Granate. Fuckin' hell, ey. Wirklich. Ja, natürlich kommen noch mehr. Ich hab keine Granaten mehr. Ah, fuck. Und da sind auch noch Nahkämpfer. Okay. Ähm. Lass mich mal ein bisschen nach hinten gehen. Gut. Ich hab halt auch kein Stimpack mehr. Also wenn ich jetzt draufgehe. Da haben wir ein Problem. Hallo. Ausweichen. Danke. Ja, Mann. Erledige den Dixer hier. Ja, ja. Grenade. Fuck your grenade, Kollege. Warum haben wir da rein? Come on. Geh drauf. Geh drauf. Du auch? Sehr gut. War, glaub ich, der Letzte, hä? Soll ich mal drüber gehen, ne? Die kann da nicht drüber springen. Hat's noch Gegner? Das ist jetzt halt die große Frage, ha? Wer hat denn jetzt hier eine Granate geworfen, Kollege? Guck mal, da ist einer. B2. Fuck me. Okay. Also es wär cool, wenn da bald mal wieder so ein Checkpoint kommt, ne? Okay. Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich hab keinen Nachschub. Gar nichts. Wow. Guck mal, ich könnte hier theoretisch was freischalten. Die Frage ist, bringt's mir was? Die Antwort ist, nein. Mach's trotzdem. Ah. Ja, okay. Sehr gut. Na, komm. Geh mal weg da. Sag, weg da. Sag, weg da. Die Frage ist halt, wenn ich da zu der einen Drohne zurückgehe, kann ich nicht mal. Problem ist, Problem ist, dass ich ein Problem hab. Ist eigentlich das Größte aller Probleme. Lad mal nach. Guck mal, sogar der, ne fucking riesige Rüstung. Und der sprintet einfach mal davon. Wenigstens jagt er sich gefühlt selber in die Luft. Ja, man. Hauptsache, er trifft mich und ich bin hinter einer Wand. Tot. Game over. Ich kann alles nochmal machen. Alles. Ja, alles. Ist es geil oder ist es geil? Es ist einfach absolut behindert. Es ist wirklich bescheuert. Dieses Spiel. Es ist absolut bescheuert. Sag es so, wie es ist. Meine Fresse, ey. Das ist behindert. Das Spiel ist wirklich behindert. Ja, komm, wirf mal. Ja, gut. Okay. Gut. Ähm. Ja, ja, ja. Reinforcements. Ich weiß. Renn mal. Hey. Oh, fuck. Ja, wobei. War gar nicht mehr so schlecht. Bleib mal da. Das ist gut. Ja, gut. Gut. Wird zwar nicht mehr viel Munition, aber das ist okay. Next. Zack. Den erledigen, komm. Schöner Headshot. Okay, jetzt muss ich mit der Pumpgunner arbeiten. Jetzt muss ich mit der Pumpgunner arbeiten. Ah, 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 ah. Ach, ah, ah. Nachladen. Wo ist er da, der Kollege? Da. Okay. Da machen wir doch den Finisher. Okay. Hier habe ich halt keine Munition mehr. Das ist ein bisschen blöd, aber ich kann es nicht ändern. Lock sie mal nach oben. Oh. Das ist gut. Arme, Junge. Oh yes, Baby. Wer hat da eine Granate hingeworfen? Zu einem, der schon halbtot am Boden liegt. Wohin schießt du? Das ist noch die viel größere Frage. Wo zum Teufel schießt du hin? Jaja, gib dir gleich Granate. Komm, jetzt erledige den doch einfach. Ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Wenn ich hier die Hellhound nehme. Okay. Wo ist der andere? Ja man, wo sind die denn? Da ist es einer. Okay. Ja, ist gut. Dann nehmen wir wieder den Butcher. Meine Hauptwaffe hat immer noch keine Munition. Das ist bedauerlich. Ist da ein Gegner? Das ist ein Gegner. Okay. Komm, mach ihn mal weg hier. Okay. Wenn wir jetzt hier näher gehen, kommen die wieder. So. Ja gut. Erledigt. Aber er nicht. Jetzt aber. Finisher. Thank you. Okay. 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 Immer noch vier Steam Packs. Aber so gut wie keine Munition für meine Hauptwaffe. Kettensäge. Holy shit. Okay. I like it. Ja, jetzt geht's mir gut, weil ich hab ne fucking Kettensäge. Komm, lass die mal kommen hier. Ja man. Ich kann mit ner Kettensäge nicht in Deckung gehen. Das ist ein bisschen das Problem. Okay. Die sehen meinen Kopf. Gut, gut, gut. Next. Ja. Weg mit euch. Ja. Dankeschön. Du auch. Komm. Ah, ah, ah. Nicht weglaufen. Nee, nee, nee. Der Weg nicht abgehauen. Haben wir uns verstanden. Jetzt ist es auch nicht mehr zensiert. Oh, crap. Ähm. Wir müssen die da ein bisschen anlocken, ne? Okay. Ich hab jetzt die nächste Gegnerwelle angelockt. Lass sie mal kommen. Aber da sind doch sicher auch Nahkämpfer dabei. Ja, guck mal. Da kommen sie schon. Grenade. Grenade my ass. Yeah. Next. Alrighty. Duda. Yeah. Das ist doch, das ist sein Kollege. Bruder, was auch immer. In den Rücken. Ja. So. Und nicht anders. Dann hier noch ein bisschen. Ja, gut. Ja. Oh, fuck. Äh, ja. Neh mal Stimpack. Nimm die Butcher mit. Und dann hol dir alles an Munition, was du finden kannst, liebes. Oh, guck mal. Hier hab ich fast wieder voll. Ne, okay. Fast voll ist übertrieben. Ähm. Grenade. Ja. Ja. Weg mit ihm. Alrighty. Das da ist der letzte. Sehr gut. Die nächste Ladung kommt von da. Das ist ein guter Versuch. Ich bin noch nicht gestorben. Ich bin noch nicht gestorben. Und das ist schon mal was Gutes. Glaube ich. So, schieß es mal. Zack. Okay, habe keine Granaten mehr. Ah, 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 ah. Fuck. Und dein scheiß Stimpack los. Wow, 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 wow. Ja, Mann. Das ist nervig. Wirklich. So mag ich das. Genauso. That's how I like it. Oh, fuck. Ja, das habe ich nicht gerne. Sag mal. Ah, komm. Oh, fuck. Ich habe kein Stimpack mehr. Das könnte zum Problem werden. Oh, nein. Und der hat mich erwischt. Oh, Mann, ey. Ja, half live wieder weg. Okay. Mann, ey. Erledige den hier mal. Komm. Danke. Weil die mit dem, ihrem blöden Schild, die sind ja weg. Er da. Fehlt halt noch in der Sammlung. Ja. What the fuck? Wann hat er denn eine Granate geworfen? Da ist doch einer. Da ist doch einer. Hier auch. Hä? Fuck, hier sind drei. Oh mein Gott. Ja, okay. Bin in Sicherheit. Das ist ja schon mal gut. Komm, ich zerledige das Arschloch da. Ja. Sehr gut. Okay. Gut. Und jetzt ran da mit der Pumpgun. Und du bist der Letzte. Radele. Komm her. Ja, super. Wirklich. Ich hab keine Munition. Nix. Und vor allem, ich hab keine Granaten. Das ist eher noch das größere Problem. Die Granaten. Also, die sind wirklich ein Problem. Okay, da ist ein Simpack. Okay. Okay. Ich krieg ja die Schilde auch so weg. Hey, hey, hey. Ah, fuck me. Ähm. So. Weg ist er. Okay. Gib mir mal diesen, dieser Hellhound. Bisschen Munition. 60 Schuss ist okay. Hab ich 90? Okay, noch besser. Bitte sag mir, es ist fertig. Es ist nicht. Aber. How the fuck hat er das abgewehrt? Na ja. Fakt ist, er ist tot. Wo sind sie? Noch so einer. Ach, wow. Wirklich. Super. Toll. Wirklich. Okay. Na dann. Lass mich mal meinen fucking Stimpack nehmen. Ja, lass ihn ruhig kommen. Scheiße. Ich hab keine Munition mehr. Gar nichts. Completely out of ammo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ich hab wirklich gar nichts mehr, ne? Das ist scheiße. Bin ehrlich, sorry. Ich hab keine Munition mehr durch. Na komm. Scheiße. Wenn ich jetzt sterbe, werde ich die ganze Scheiße nochmal machen. Und da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Komm her, mein Freund. Geh auf der Granaten. Und ich bin, glaub ich, tot. Ne, nicht. Doch. Wow. Jetzt hab ich gefühlt 20 Minuten gekämpft. Für was? Für nichts. Für nichts. Alles muss ich nochmal machen. Alles. Ich glaub's einfach nicht. Wer kam auf die Idee, dass das gut ist? Wenn's ein Dark Souls wäre. Okay. Aber es ist kein fucking Dark Souls. Ist es einfach nicht. Wird es auch nicht sein, so schlecht wie es ist. Weil Dark Souls Spiele oder Souls-like Spiele sind gut. Dieses Spiel ist eine absolute Grütze. Ja, ja. Reinforcements. Ja. Zack. Ja, ja, ja. Oh, ich bin schon fast tot. Okay. Ja, gut. Die ganze Scheiße hier kann ich auch jedes Mal aufs Neue freischalten. Jedes Mal aufs Neue. Das Spiel kriegt einfach nichts hin. Und ich kann's nicht beenden, weil ich weiß, dass ich 75% vom Spiel durch hab. Diese Adrenalinscheiße brauch ich nicht. Schalten wir was anderes frei. Okay. Okay. Das ist schnell. Na, komm. Wann stirbst du endlich, mein Freund? Hä? Irgendwie gar nicht. Ich hab eigentlich Nachladen gedrückt. Drei Mal, aber okay. Aha. Sehr gut. Und ich bin tot. Naja, ich muss direkt wieder neu starten, ne, aber jetzt darf ich nicht mehr sterben. Jetzt darf ich einfach nicht mehr sterben. Komm jetzt. Oh, geht doch. Ich bin ein fucking Steampag. Okay. Oh, we go again. So, da, da. Hier, bitteschön. Der ist weg. Ja, ebenfalls. Gehen wir nach unten. Ja, warum jetzt du nicht einfach deinen Sprungangriff machen konntest? Wie sonst auch. Es, äh, bleibt ein offenes Rätsel. Ja, super. Machst du klasse, meine Liebe. Ja. Verbrennen könnt ihr Wichser. Gehen wir einfach wieder davon. Na, komm. Kannst du jetzt da nicht mal sterben? Danke. Ja, Hat der gar nicht. Ich bin tot. Ja. Game over. Game over. Ist ja nicht so, dass ich das schon genug gesehen habe in diesem Drecksspiel. Diese Anzeige. Ja, ja. Hier. Und rein da. Okay. Der auch weg. Gut. So, jetzt kann ich die Scheiße hier wieder freischalten. Zack. Okay, hier. Ja. Und dann, ja. Auch wenn ich es nicht benutze, aktiviere ich die Scheiße. Okay. Oh fuck, ja, der kommt ja auch noch. Och, Mann. Hier. Guck mal, ich kann nicht mal... Wo ist er jetzt plötzlich hin? Da. Bitteschön. Oh mein, ja, verdammt. Allah, weg das Schwein. Der hat kein Stimpack fallen lassen. Sag mal, was ist das denn? Flying Pick. Ja, das ist gut. Gib mir den scheiß Granatenwerfer. Ja, gut. Weg mir den Kollegen da. Zack. Sehr gut. Und weg. So, die erste kleine Welle habe ich überlebt. Ohne Stimpack. Ohne Sterben. Ohne Groß-Munitionen verbrauchen. Ist doch schon mal super. Hier hinten ist einer. So viel zu kein Damage kriegen. Ah. Ja, fuck me. Schieß mal runter, das Zeug. Da, komm. Nee, du bist kein Gegner. Ei! Ähm. Ja, komm. So, einer weg. Next, please. Perfekt. Guck mal, du kannst nicht mal ausweichen. Du kannst einfach nichts dagegen machen. Null. Niente. Du kannst nur darauf warten, bis du wiederbelebt wurdest. Ist alles, was du machen kannst. Da ist wieder einer mit so einem Scheißschwert, ey. Wir machen mal so. Oder weißt du was? Zünd sie an, die beiden Wichser da. Komm. Einer weniger. Gut. Die Frame Drops sind jetzt nicht so geil. Sag mal, guck mal, wie die ausweichen. Es ist einfach massiv schlecht programmiert. Oh, 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 komm mal her, mein Freund. Ich schlitze dich auf. Werdere. Nice. Oh mein Gott. Haben wir's? Na, Halleluja. Halleluja. Ich muss die Granaten aufbewahren. Ich kann die hier nicht benutzen. Ah, die Kettensäge habe ich gar nicht wieder mitgenommen. Scheiße. Weg da. Okay. Machen wir das am besten. Ja, komm. Alle nur ein bisschen Damage machen da. 20 Schuss habe ich. Okay. Na dann, let's go. Du bist der Nächste. Komm. Sehr gut. Next. Direkt in die Granate rein, ne? Sehr geil. Problem ist, ich kann nicht mehr sterben, ne? Weil, oh, aber ich habe einen Stimpack bekommen. Das ist ja sympathisch. Hallo, ich habe mit einem fucking Katana zugeschlagen. Und der kann einfach reinkicken. Au. So, lass mal die Verstärkung kommen. Kein Problem. Ich habe wenigstens wieder ein bisschen Munition. Lass mal bitte hier, ähm... Ne, ich hole die Kettensäge noch nicht. Die Kettensäge kriegt da mein großer Amigo. Oh Mann. Ja. Ne, ich kann das nicht mehr verbrauchen. Ne, ich hole die Kettensäge. Komm. Hol die Scheiße. Ne, die war nicht hier. Entschuldigung. Die war hier. Okay. Ach, ich habe keinen Bock mehr. Yeah. Dass es plötzlich nicht mehr den Balken gibt, wo da steht Censored, da steht auch keiner. So, nimm mal ein Steampack. Danke. Kannst du das wieder mitnehmen? Kannst du, okay. Okay. Alright. Gehen wir hier mal ein Stockwerk nach oben. Hallo. Gut. Rein hier. Und einfach alles aufschlitzen. Sehr schön. Und der letzte hier oben. Okay. Siege die Verstärkung, ja. Habe hier absolut Bock drauf, ne? Da habe ich ja mega Bock drauf. Die Scheiß-Kettensäge mit hier. Guck mal. Ich kann den sogar mit der Kettensäge one-shotten. Ja, halleluja. Ich würde aber gerne... Hier, Hellhound. Hier liegt sie doch. Gibt es hier sonst noch Munition dazu oder irgendwas? Ja. Hier, eventuell. Ne. Das auch nicht. Das ist die Butcher. Halt die Pumpgun. Dann hände ich ja lieber die Pumpgun mit, ne? Hier hinten hatte ich auch noch Munition. Oder liegt die nicht mehr hier? Doch. Die habe ich wieder zurückbekommen. Okay. Hier. Und zack. Weg da mit deinem Scheiß-Schild. What the hell? Hier, eure blöden Schilde nerven mich. Oh, weg da. Komm. Zack. Noch nicht weg. Komm jetzt. Ja. Geht doch. Alle tot? Noch nicht. So, da soll ich trotzdem die Hellhound nehmen. Nimm die Hellhound. Weil mehr Schuss und so. Hinten sind ja noch mehr. Granaten habe ich keine mehr. Hey, mein Freund. Und? Na, komm. Danke. Gibt da noch einer? Hier. Stimpbag benutzen und das nächste aufnehmen. What? Okay. Mach's ja jetzt mal weg hier. Komm. Na, thank fuck for that. Aber ich habe keine... Da geht's. Keine... Sag schon. Granaten mehr. Das könnte zum Problem werden. Aber ich habe zwei Medi-Kits. Das ist ja schon mal besser als nichts, ne? Das größte Problem ist, es kommt wieder der scheiß Roboter da. Ist halt wirklich ein Problem. So ehrlich bin ich. Das wird... Oder es wird zum Problem. Möchte ich Kettensäge? Ne, ich kann die Kettensäge auch nicht mehr mitnehmen. Ist halt kacke, ne? Das ist halt aber nur kacke. Ja, ja. Halt die Fresse, Junge. Engelschläger. No melee weapons are equipped. Äh. Ja? Ja, steht halt nicht, was man dagegen machen kann, ha? Sehr klasse. Sympathisch. Ja, ja. Macht euch um mich keine Sorgen. Na dann. Ich muss ja nicht verarschen. Na komm mal her hier. Mach mal deine Kombo. Er wärt's einfach ab. Sadele. Sadele. Gut. 120 SP. Guck mal, da ist er. Super. Okay. Komm, mach deine Nahkampfkombo. Okay. Ah, ah, ah. Ich heiße aber die ganze Zeit aus. Oh, fuck. Okay. Sehr gut. Steampack. Come on. Das Gute ist ja, dass ich's nicht mehr allzu oft aufladen muss, das Zeug, da. Aua. Alter. Ich, guck mal. Er hat mich ge-one-shotted. Ge-one-shotted. How the fuck? Soll ich das machen? Meine Güte, ey. Guck mal, jetzt kann ich alles wieder machen. Ich hab keinen, keinen Bock mehr. Wir machen die Scheiße morgen. Falls ich's überhaupt mach. Das werden wir dann rausfinden. Ob ich da noch Bock dazu hab. Das werden wir noch rausfinden. Ich rüste hier die ganze Scheiße wieder aus. Die ich absolut nicht gebrauchen kann. Beziehungsweise, die mir überhaupt nix bringt. Ja. Hier. Kannst du auch machen. I don't give a shit. Okay. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.